Brown check. Bruder, auch wenn es Zeiten gibt, in denen wir getrennt werden, und sollte eine am entferntesten Ende der Galaxie verweilen, etwas wird dich immer durch Zeit und Raum tragen. Lass dich voll! Wir werden gern weggeweht vom Klang unserer Stimmen. Doch manchmal da weht uns etwas echt hin vor. Der Wind. Die Ventilatoren waren nicht die beste Entscheidung. Wir wurden verstreut, waren nicht mehr an einem Ort. Doch wenn man im Innern die Kraft der Musik fühlt, wie sie einen Tag ins Unendliche wegspürt. Und wenn der Wind sich fort, in der fremden Galaxie, das sich allen unvertraut, kosmischer Choreografie, vertraut auf Sanches Wort und fliegt in Harmonie, also mit uns durch die Zeit, die Schwerkaus führst du nie. Sanches!